Wir freuen uns, Dich wieder in unserer Fahrschule begrüßen zu dürfen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und aus Rücksicht auf Deine und unsere Gesundheit halten wir uns alle, Du und die Mitarbeiter der Fahrschule, an wichtige Hygieneregeln. Welche das genau sind und worauf Du achten solltest, zeigen wir Dir jetzt. Bei der Begrüßung geben wir uns nicht die Hände und halten immer den gesetzlichen Mindestabstand zu Mitschülern und Fahrlehrern ein. Außerdem waschen wir uns alle regelmäßig die Hände und desinfizieren sie, wenn möglich. Während des Aufenthalts in der Fahrschule und in unseren Fahrzeugen bitten wir Dich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Solltest Du Krankheitssymptome aufweisen, musst Du unbedingt zu Hause bleiben, bis sichergestellt ist, dass Du vollkommen gesund bist. Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, ruf zur Abstimmung von Fahrstunden oder bei Fragen einfach bei uns an. In der Fahrschule schützen Dich und uns Hygieneschutzwände. Neben diesen allgemeinen Hygieneregeln schützen wir Dich zusätzlich mit folgenden Maßnahmen. Die Oberflächen in der Fahrschule und im Fahrzeug werden von uns regelmäßig desinfiziert. Räume und Autos werden regelmäßig gelüftet. Für Euch Fahrschüler und alle Mitarbeiter stehen Spender mit Desinfektionsmitteln bereit. Im praktischen Unterricht befinden sich maximal zwei Personen im Auto, also Du und Dein Fahrlehrer. So starten wir gemeinsam zurück in einen sicheren Fahrschulalltag. Wir freuen uns auf Dich! Gesundheit hat bei uns Vorfahrt!